Wo seid ihr? Richtig lang, keine Ahnung. Hier im F3 Ist hier jemand da? Nichts vom Eingang. Gib uns ein Zeichen. Mach dich bemerkbar. Gib mir dein Zeichen. Hattest du eine Kamera? Da liegt ein Knochen am Boden. Nein, Kamera, ich habe nur eine Videokamera. Okay, ich will mal schneiden. Okay, ich will mal schneiden. Ich hole mal jetzt bald die Kamera. Kamera 1 ist aufgestellt. Wo hattest du die Spuren? Direkt im Schmang. Aktivität war kurzfristig auf 5. Da liegt eine Gabel am Boden. Das muss das Zeichen bilden. Schreib was in das Buch. Über uns sollte er liegen. Über uns sollte er liegen. Wer hat die Fotokamera dabei? Ich. Komm mitz mal. Wo bist du? Es ist dunkel. Da liegt der Knochen unten. Da liegt der Knochen unten. Fotografieren, dann aufheben. Äh, gehen wir ein Stück zurück. Ja. Ja, dann liegt. Wow. Bist du da? Bist du da? Ja. Dann gib mir ein Zeichen. Und schreib ich bitte. Einbeschreibungsgerät. Ja. Einbeschreibungsgerät. Einbeschreibungsgerät. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hattet ihr jemand jetzt hier schon mal? Nö Gehen wir mal erstmal raus Dann gucken wir mal über die Kamera Die haben einen Teller runtergeschmissen Geisterwops sind wir da? Ohja Geisterwops sind wir da? Ich komme dran. Die MF3. Margarit, Schreibungsbuch. Schreib in das Buch. Warte, ich höre uns nur, wenn wir allein sind, glaube ich, oder? Ja, deswegen reagiert doch nicht auf Gruppen. Ich geh kurz raus. Du gehst weg. Du gehst raus, oder wie? Ja, kannst schnell die andere Gruppen da. Ist jemand da drin, oder bin ich allein? Du bist allein. Warte, ich greife nicht zu. Du gehst weg. Leid ihn zu. Du gehst zu. Leid ihn zu. Kannst du raus? Hört ihr mich? Ja, Polisier. Ja. Ich hab's gesehen. Wie schau's aus? Keine Ahnung. Ich hab kein Licht. Ich weiß nur, ob wir rausgehen. Kannst du erklären, wo du bist? Eingang rein, Richtung Wohnzimmer und dann nach hinten ins Eck. Okay. Wer ist denn mit den schwarzen Haaren? Ist das mit dem Thermometer? Ich hab ein Vorbeammer, damit ich da bin. Okay. Da bist du. Aber hier ist die einzige Stelle, wo es wirklich kalt ist. Wie kalt? Die ist definitiv hier gewesen. Genau da, wo du jetzt stehst. Von der ist mir gefolgt nach hinten. Das EMF ging auch bis nach oben da. Was ist mit dem? Das EMF? Was ist mit dem? Die ist mit dem EMF3. Was ist mit dem EMF3? Die war da gerade. Da schwebt was. Oder? Was ist das da oben? Die schwebende Hand? Fragezeichen. Ach. Oder ein Bug. Ich seh nix. War nur kurz da, aber hinten Richtung Aufgang. Wer hat schwarzrecht? Keiner, glaub ich. Dann hol ich das mal eben. Ja, okay. Das ist kein Eintrag irgendwo. Okay. Die Temperatur ist auch negativ, oder? Irgendjemand hat die Schwarzrechtlampe. Spider? Ich guck nach. Ja. Am besten das erwähnen wir den Namen nicht. Ah, das ist schon er. Das ist ein Abdruck. Ein Abdruck an der Wand. Okay, wie sind wir den Schritt weiter? Damit haben wir eigentlich schon eine Lösung. Es ist ein feuter Geist. Was ist der Beweis gewesen? Es gibt keinen. Ah, okay. Ich geh mal eben rein, das erste Mal. Selbst bei zwei, selbst bei den zwei kommt ein Poltergeist raus. Drei, zwei. Grüß, bist du da? Grüß, bist du da? Ja, Geisterbox. Geisterbox? Ja, bist du da. Und er sagt nur hier. Oha. Interessant. Nice. Was fehlt uns noch? Poltergeist. Ja, aber von den Missionen. Achso, wo sind wir da fehlt? Jetzt ist das Waschbecken wieder rein. Martin hat wieder waschbecken, äh, größeres Waschbecken auch. Ich habe nie verstanden, wie das Waschbecken kommt zu mir. Räucher steppe ich eben noch, oder? Und das Waschbecken. Ja, an dem wir jetzt gucken, ob irgendwo Dreck im Waschbecken ist. Okay, dann machen wir das. Ja, ich bleib mal hier, ne? Wieso? 36, Martin ist noch fast bei 90. Ich geh mit rein. Du bei 60. Ausgeducht. Waffen sind gut. Ein Shotgun mit Salz oder so. Salze? Ein Shotgun mit Salz, ja, wäre geil. LOL, bist du ja auch schon wieder alles trunken. Da knabzt. Also es wird eben nicht geben. Aktivität. 7. Und auch 4. Ja. Ähm, ich geh in den hinterher Zimmer, Spider. Hast du Kraft, Martin? Okay. Ich geh nach hinten, das andere Zimmer, auf die andere Seite, was du vorher warst. Okay. Ich geh Richtung Keller. Gibt's unten Wasser? Ich weiß es nicht. Kein Wasser im Keller. Kein Wasser im Keller. Töcke. 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 Hinsichtlich. Töcke. also alles mit wasser ist sauber ich hole den hier dann hier auch ok ich bin auf dem Weg zum Krakura ok, kommen wir die Marker redt William, ist das eigentlich Ich bin fertig. Ich probiere ein bisschen, bevor ich rauskomme. Okay, ich bin fertig. Was habe ich gesagt? Alles klar, ich bin fertig. Ah, er ist noch nicht aufgeschafft. Ja, das ist ja nochmal Glück, wa? Du hast Glück, jetzt haben wir hier. In dem Moment, wo du gesagt hast, das ist hochgegangen. Ich würde dich ganz gerne mal sehen, in der Halimow. Aber was ist denn da? Kannst du nochmal reingehen, das ist noch halb tief. Das ist eine Frau. Ja, das hätte ich mir bei dem Namen jetzt echt nicht gedacht. Und sie fliegt, genau, sie fliegt. Ach, sie fliegt auf jeden Fall. Das ist eine wichtige Impfung. Äh, ne, dann wärs aber kein Poltergeist. Das Kleid hat so geschwebt. Das Ding hat so geschwebt. Das Kleid war so. Was hat es geschwebt? Ich weiß nicht, ob das Kleid oder sie. Ist egal. Ich weiß nicht. Okay, dann... Dann haben wir es. Weil das andere können wir nicht hier aufs Feuerzeug vergessen. Genau. Zum ersten Mal schlüsst du das Fotografieren? Haben wir es geschafft. Ja, wird ganz dreckig tun. Ja. Okay. 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 Welcome back. This job's ready for you. Ja, I'm okay.